Willkommen zurück bei Gun Home. Jetzt wird es doch langsam ein bisschen... Rippie. Und hier soll theoretisch auch noch was sein. Read story, take second combo squad. Scheint irgendwie eine Eintrittskarte zu sein. Ach so, die Hälfte von ihrem... Spindcode war das? Okay. Heaven, the edge of the world where we do not read. The Queen Lazier Part 2. Seven of the Greenbird, 9. Klasse. Hier ist wieder eine Geschichte von dir. Gehen wir mal ganz kurz. Oh, sie ist so langsam. Ich glaube wir spielen in Wirklichkeit Oskar. So. So. Wir sind hier. Einmal links. Dann gleich rechts. Und da die Übel von ihrem Zimmer. So quasi hier. Ah, jetzt ist das Ujarbrett. Ja. Nein. 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 So was finde ich auch ein bisschen gruselig, ne? Wir müssen Leute machen. Kann ich auch gar nicht mit anfangen. Ein Schlö... Ein Stift. Weed Note. Das ist Hallo. Hallo. Who are you, Oskar? What do you want? To come? Back. Wahrscheinlich. Null. 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 Ja, geheime Liebe. Wollte ich mal denken. Lani kam heute. Aber dass alles anders war. Sie standen auf meinem Büro, und sie würde mich nicht anschauen. Endlich fragte ich sie was passiert. Sie sagte, sie fühlte sich, dass sie etwas falsch gemacht hat, in der Stadt. Ich muss denken... Aber ich sagte, nein, es gab nichts falsch. Ich wollte nur sagen... Aber ich konnte nicht die Worte finden. Ich fühlte mich, als würde ich mich schreien. Aber ich war nicht glücklich. Sie standen und standen neben mir auf dem Bett. Ich schaute sie. Lani... Sie denken... Sie... Sie können... Sie können... Und das ist, wenn sie mich beszelt. Ach nee... Ach nee... Ach nee... Schlüssel... Tick Key... Basement Key added to Backpack... Keller Schlüssel... Schlüssel... Moly... Filter Zigaretten... Spitz... Dann auf den Keller... Ah... Wurde ja auch Zeit... Keller sind ja immer toll... Das sollte theoretisch da sein, oder? Hör mir, glaube ich, zu... Locked... Ähm... Basement... Ach, hier hinten... Das ist ja quasi noch mal hier... Jetzt durch die blöde Dusch... Da hat die Tür richtig auf... Ich komme ja gar nicht durch... Ich habe ein bisschen zugemommen auf meiner Reise... Und mit Starium... Ah... Ich hoffe, der Keller ist nicht genauso groß wie das alles hier... Yay... Keller... Uh... Sollte ja nicht theoretisch auch gut im Schalter sein... Dann halt eben nicht... So... Was haben wir denn jetzt schönes? Die gute Fitz... So da wieder... Dear Samantha... I would like to cordinal thank you for having me to your... Adop... Was? A boat? For the Thanksgiving holiday with your lovey family... I enjoyed... The flavor potatoes and also I was well being around your parents for that long... But it was pretty fun... How impossible it is for you... That not... To be awkward for more than... 30 seconds at a time... Very cordial yours... Your close friend and confident lonely bee... Dear Mrs. DeSoto... Allow me to take this opportunity to thank you... In kind for being such a gracious host for the festivites at your father's estate... Following the aforementioned meal with my parents... Your family's Thanksgiving... Feast was the more enjoyable of the two... Events I must say... I especially... Appreciated the time I spent with your grandmother... Who is a... Lovely woman with sterling taste and a... With a night air... Let's do it... Again... Same... Same time next year... Shall we? Indeed... Madame Samantha... A... Greenbrew... Hm... Wieso schreiben die jetzt so komisch? Merkwürdig... Was haben wir hier? Tabak... Was haben wir hier? Hmmm... Was ist hier denn die lesbe Geschichte raus? Hätte ich nicht gedacht... It's different now... I mean... We still hang out all the time like before... But now when no one else is around... Well... You know... So you could say we're dating... But it's secret... Secret dating? I don't know... I mean... I guess that's the real difference... I guess that's the real difference... Now when we get off the phone... Or... Go home for the night... Or it's just quiet... And we're alone... We say I love you... So we're here... K is for kind... A is for amazing... I is for intelligent... T is for talent... L is for light hearted... I is for important... N is for nice... K... Yeah... Oh man... One of my old sex... At a site... Oh my god... Klasse... Der ist jetzt nicht durch... Natürlich ist es wieder ein riesiger riesiger... Kennen... Einrufen... Und haben... Und... Ach... Die funktioniert sogar auch... Oh... Snipers hier... Richard Greenberg... P.A.D. Professor of English... University of Oregon... Richard Greenberg... Kopf ausgeschnitten... Warum... Dear Amanda Greenberg... We would like to congratulate you... On your acceptance... To the greeting village track... Of... Reed College Summer Program... For Young Schoolers... 1995 Session... Based on your portfolio... And academic record... We are also pleased... To offer your financial aid... To cover... 75%... Of the summer programs... Toction... And fees... The attached documentation... Contains... Specific... Regarding your schedule options... Secondary... Test sessions... And your... Dormittal... Assachment... We very much... Look forward to your... Participate in the Summer Program... And again... Congratulations... Julie Morris... Head of Admissions... I'm so stupid... Sometimes... I was telling Lonnie... That I got into my... College Summer Program... Thing... And I was all making plans... Like... You should come visit me... Stay in my dorm room... But she said... Sam... I ship out on June 6th... I was like... Ship out? To where? She said... To basic training... What did you think... I was doing all that... ROTC stuff for? I guess... She's been planning... To join the army... Right after high school... Since she was like... 12... And I guess... She's really going to do it... So I was like... After graduation... I'm just... Never going to see you again? She said... Let's just have fun... While we can... Hmm... Choice... A complete understanding... Richard Greenberg... PhD... University of... Oaken... Press... Ach... Is... 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 From the death of... Richard Greenberg... PhD... Thank you for sending... A long copy... Of our new publishing book... In Tartos... His published manuscript... Is a... Monterous obsession... I read... Is... Afternoon... I certainly recognize... My son... In this subject matter... An artful work... In this action... Of that... Which... He holds dear... And... Which... Which... He fears... And... In his... Respect... I believe you... Work was successfully... But... The lens... To which... Can... The... Personnel... Shown... Was... Needles... Duted... By... Genre... Glitches... And... Hmm... Yeah... Good... Lassen wir das mal... Beiseite... I think... That... The... Certificate of... Natural... Relations... Whom... On... July... 20... 1972... Recurlt... Having... Found... Das... Von... Geräusch... The... Janice... Elizabeth... Commonly... Greenborough... When... Visiting... At... Tenth... Fifth... Avenue... Seattle... Was... Intent... To... Be... To... City... She... To... The... He... Was... Admitted... As... A... A... In... Testimony... With... A... Is... He... A... 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 dass sie bleiben darf. A letter from grandpa. Ach ne, das war das Buch. Hier haben wir noch was. 14k gold hard pendelt in two halves koste mal with up to 10 letters name date and tell anything you can dream up. Giftboxes LMS. 14 karetiges gold koste bestimmt noch eine ganze stange geld. Erinnerbar gelesen, ne? So, da lang oder da lang? Erstmal da lang, weil da hinten brennt Licht. Ach ne. Alter Schwede, wieviel fürs... Gut, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Ich bin begeistert, dass das für ein Haus ist. Girl Scout, the band for me now is Club Scout, Z-List. Okay. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud, when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows, it's like a temporary situation until she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. So, gut. Und mit diesem kleinen Monolog machen wir Pause, weil wir sind schon wieder am Partende. Oh, der Keller ist ja auch noch mal riesig, ne? Wir werden dann den nächsten Part weiter erkunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis später.